Wir haben beschlossen, ein Kind zu haben, weil wir hatten ein freies Zimmer, so eine Art Rumpelkammer. Und je länger ich mir den Saustall darin angeguckt habe, desto klarer ist es für mich gewesen. Ein Kind. Ich immer den Kürzeren ziehe. Verstehst du? Weißt du, ich war verrückt nach dir und ich wollte echt gern mit dir schlafen. Irgendwann mal, aber nicht gerade mit 15. Und als du dann Schluss gemacht hast, weil du hast mit mir Schluss gemacht. Bist du jetzt eine Lesbe oder was? Und wie? Warte mal. Also gut. Wer ist es? Kenne ich sie? Wer ist nicht Schlampe? Sie heißt Charlotte. Und? Sagt dir das was? Scheiße. Ne, Moment. Charlotte. Super. Toll. Das ist wirklich so brav. Bravo. Du bist ein bisschen mit mir. Du hast mich ins offene Messer laufen lassen. Und quat your Bellenideideideideideideideideideideideideideideideideideideideidesideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide Untertitelung des ZDF, 2020